Und hier war's größer. Dann holen wir mal Honig. Und noch mehr Schwertkämpfe. So. Und Sicherheitshalber tun wir den Außenposten auch noch befestigen. Und noch einen von eurer Sorte. Banditen haben einen Karren erbeutet. Dafür kann ich hier hinten eine Straße langziehen. Bis nach hier. Oh, nebenbei kann auch die Straßen hier mal ausbauen. Vielleicht ist es schon einigen aufgefallen. Irgendwie tue ich in diesem Teil die Straßen viel schneller und häufiger ausbauen als in anderen Siedlerteilen. So. Eine Räucherei. Gut. Die Apotheke ausbauen. Jeweils einen Trupp noch. Dann nehmen wir uns das Banditenlager da oben mal vor. Und ja, eigentlich eine ganz so lange Straße hätten wir nicht gebraucht. Aber irgendwas können wir dann da noch hinpacken. Eher nicht. Eher nicht. Hier unten die Belagerungswaffenwerkstatt. Apotheke fertig ausbauen. Armee. Alles klar. Holen. So. Schon unterwegs. Dann mal raus mit euch allen. Dann erledigen wir die beiden Banditenlager und holen uns das Gold. Pauen mal die Hütten hier hinten aus. Und ja, komm, haben wir uns ein bisschen eingemauert, haben wir Ruhe. Also ja, Partisaden sind auch ziemlich gut gegen die KI, muss man sagen. So. Gut, das haben wir. Der Stein reicht nicht für hier rum. Er reicht allerdings für hier auf jeden Fall. Also ja, die beiden Steinbrüche sind auf jeden Fall ein guter Anfang, aber den da hätten wir auch dann noch gerne. Und zur allerletzter Not können wir uns noch die beiden hier einheimsen. Und ja, hier oben hätten wir auch noch welche. Oh, und der Weg nach unten ist hier. Nicht da unten. Verstanden. Bleibt wachsam. Wie ihr wünscht. Ei. Und ja, das ist zum Glück ein kleines, in Anführungszeichen, Banditenlager. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Felge. Auf euren Befehl. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. In den Kampf! Nicht aufgeben! So, damit haben wir einen der Banditen geschlagen. Das heißt, hier drin stecken wir... Hier gleich mal. ...einen Außenposten errichten. Und hier weiter die Straßen ausbauen. Du führst runter zur Jägerhütte. Okay, das heißt... Habe ich dich eigentlich ganz ausgebaut? Nein, noch nicht. Das Lagerhaus ist voll. Voll? Womit denn? So viel haben wir doch gar nicht. E-Gerhütte ist damit auch angeschlossen. Ach nö, fahr doch nicht gerade so rum. Auf euren Befehl. Jawohl. Auf euren Befehl. Äh, wie rum fährst du? Wie ihr wünscht. Sofort. Ja, da kommen die Banditen schon an, um den Karren mit dem Geld zu klauen. Und haben ihn erbeutet, die Säcke. Jawohl. Ei! Stürmt los! Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ich hätte die Ruine lassen sollen noch. Alles klar. Auf euren Befehl. Okay, Rache für das Gold. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, du gleich mal ausgebaut. Kann ich jetzt von da aus nichts mehr weiterziehen? Müssen wir das dann sagen? Ja, kann ich nicht. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Verstanden. Auf euren Befehl. In den Kampf! Es gibt kein Zurück! Vorwärts! Angriff! Angriff! Ich habe Fackeln für euch. Es gibt kein Zurück! Auf euren Befehl! Baditen ausgeschaltet. Ei! Jawohl! Dann machen wir es halt so. Beim An! Dann machen wir es jetzt! Okay, ANGEL! Immerhin! summertime Lern Wegen! Es gibt ein stilles Befehl! Oh! good! Buch! Und so. Also Eisenbergwerk und Steinbruch. Und ja, Lagerhaus voll. Ein Karren wurde ausgesandt. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Ja, das Problem ist, hier sind zwei ziemlich große Garnisonen. Wie ihr wünscht. Ei! Ja, und ich muss den Grafen. Ich muss den Titel erstmal erreichen. In den Kampf! Wie ihr wünscht. Na ja, wie gesagt, das war, sollten wir dieses Ding ausschalten. Oh, oder ich gehe mal mit Marcus und den Truppen, die wir noch haben, weil wir da ja rote Gegner hätten. Ei! Na, hierher. Welches Terratom hatte ich gesehen, dass Kühe hat? Das hier eigentlich. Ja. Hat sogar sehr viele Kühe. Ja, ich muss wirklich gucken, dass ich hier das Gebiet mal sichere. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Verstanden. Das Gebiet sichere. Alles klar. Und mir dann vielleicht die beiden Kühe hole. Ein Karrensode ausgesandt. So. Ei! Gab's zwar nicht so viele Truppen. Alles klar. Aber es sind genug, um die beiden da oben auszumerzen. Jawohl. Das Lagerhaus ist voll. Zum Angriff! Auf euren Befehl. Es gibt kein Zurück! Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Jawohl. Ja, wenn wir genug Stein haben, als nächstes das Lagerhaus ausbauen, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal ein Quick-Safe machen. So. Quick-Safe. Dumm-Dum. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.